hallo ihr lieben herzlich willkommen zu meinem kanal heute es ist montag wir haben eine wahnsinnige anstrengende wochenende gehabt und zwar der jacob hat taufe gehabt die taufe war echt wunderschön es hat mich sehr sehr gerührt muss ich schon ehrlich sagen und ja ich habe ein paar fotos gemacht und ein paar videos gemacht dass das ihr euch zeigen kann und was noch was wir sagen ja auf alle fälle es war sehr schön jetzt ist alles schon vorbei alles aufgeräumt alles wieder in seine ordnung wieder zurückgebracht und ja dann nehmt euch einen kaffee oder was weiß ich wasser ist egal was zum trinken und wünsche euch viel spaß beim anschauen schau es euch einfach an und viel spaß dabei gell bis dann ciao ciao und so 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 ich hoffe es hat euch gefallen und lasst mal einen Daumen hoch, tust abonnieren oder so und bis zum nächsten Video von mir. Bye 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 Bye-bye Oh, oh Bye-bye